Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen League of Legends Gameplay auf meinem Kanal. Heute könnt ihr mich im URF Modus als Zed in Aktion sehen. Darauf haben sicherlich auch einige drauf gewartet, vor allen Dingen, weil ich ja auch ein Main-Zed-Spieler bin und URF sich da wirklich relativ gut anbietet, auch Zed in diesem relativ interessanten Game-Mode zu spielen. Dementsprechend lasse ich euch nicht lange warten und wünsche euch daher viel Spaß mit dem nachfolgenden Gameplay. Bis dahin, see ya Leute! Wir brauchten hier so lange zum Laden. Damals, in meiner Zeit... Da wär das nicht so... Da hatten wir die Holz-Laptops. Sicher, die Holz-Laptops. Da hatten wir trotzdem schneller geladen. Trotzdem schneller geladen. Jaja, auf jeden Fall. So ein Frevel. So, was sagt denn der Chat gerade? 15 Leute sind drin. Du kannst mir... Ah, sorry, ich hab dir keine Rechte gegeben. Du Monster! Ich bin halt wirklich ein Monster. Sorry. Komplett vergessen. Wie oft kann ich jetzt healen? Ah, trotzdem 3 Sekunden Abstand, okay. Ich hab ein... Ich hab 2 Sekunden auf den... 1,2 Sekunden auf Q. Das war's... Ich hab das Video. Lund давайaufgaben, was ist das? Ich hab'... Ich hab' Ordnung, was kann ichですね. Was kannst du nicht... Ich hab's Taschen... ...m'n dann hype' sein... ...und dann... ...und sie in Italia. ...und er웠なく sein. Flasch um Q zu treffen Oh mein range Ja gut, er hat sowieso TP, von daher macht es an sich nicht viel aus Q Q Q Was hältst du von Red Mercy? Red Mercy ist ein guter Z-Spieler, der spielt ja auch fast nur Z-Only Was war denn das für eine Aktion von dem Chubat? Was? Das waren die Plays Das waren echt die Plays Was? Alter, wie viele Pools kann die Mogana denn mit sich hierherum schüren? Nice Skin Set, der hässlichste Set in überhaupt Ja, selbst der Standard ist jetzt nicht besser aus Ja, mach doch mal Morana Warte, ne, hat nur 0,8 Sekunden Q Q Warte, ne, hat nur 0,8 Sekunden Q Q Alter Alistair ist so broken, ey, die healt einfach nur Wow, das war schon mal von 5 Tasten, wie ich gerade gesehen habe Ja gut Okay. Sugar muss ja auch richtig öde sein Ja Ah, das ist Sugar tot Na gut, ich gehe erstmal weg, ich kaufe mir erstmal mal malischen Items Wir sehen mal weiter Der hat Angst Oh Ehrlich? Ah, ich hätte hyper noch rücken sollen, ich habe ziemlich damage gemacht Schade Ja So unskilled teilweise hier Oh 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 Okay, das Torz. Aha, aha. Tauschen wir. Wer, oh Gott. Ich weiß nicht, ich habe gerade geschrieben, tauschen wir. Ich kaufe mir erstmal einen Lars Whisper gegen euch. Gute Idee. Äh, ich gehe aber in keinen Fall Tanki. Also. Geh halt nicht Tanki, dude. Geh halt nicht Tanki. Ist mir egal. Geh, es ist sowas von egal. Glaub ich dir. Geh halt nicht mehr. Wow, ich habe vergessen, dass ich den wieder sofort wieder abhabe. Geh halt nicht mehr. Geh halt nicht mehr als die Alpha. Geh halt nicht? Ja, das war echt gut. Wie lange hält man die Ulti in die Welt? Oh Gott, ich habs diese Kerl so sehr. Wie gut, der dauert Ulti. Also L ist Tass. ja es wurde genannt da bekam wenigstens was ich mache es geht die ekelhaft ich spiel die ganze zeit nur ja Gut, okay, wenn du aber auch Alistair's Ulti länger machst, ne? Danke. Du wolltest mir stilen, nicht wahr? Ja. Der Fininator ist da. Hallo Fininator. Ich hab ihn gepegt. Alter. Ich hab ihn gepegt. Hattenspringen. Warum ging das nicht? Du hast genockbacked. Nein, der Unkackback ist scheißegal. Ja gut, stimmt eigentlich. Was ist denn das? Holy shit. Egal, eure Botlane fällt ein. Holy shit. Ich finde auch, es hat gar nicht mal so stark einen Urvenmodus. Das ist einfach nicht cool, aber es ist viel zu niedrig. Kannst du erstmal Sonja's kaufen, was immer ready, wenn er Ult hat. Ja. Ich hab gar nichts. Deswegen spiel ich den fast nie. Ich spiel nicht umsonst immer auf cooldown mit Action oder sowas ähnliches. Ja. Ja. So, irgendwann, wir spielen auch sowas wie Kayle am besten, weil man mich noch ghostet im Stream. Ich weiß es genau. Ich komm die shit her. Ich spiel mir erstmal sowas wie Alistar, Fizz, was gibt's denn noch alles, was schön ist? Alistar ist... naja, geht. Könnte stärker sein, aber... Alistar ist ziemlich stark. Ich bin jetzt nicht stark. Scheiße, ich hab kein Flasch Oh, ein Team! Ehrlich, ich hasse diesen scheiß Champion von Kale Schon immer ein Gast Mit dieser Ultimate Zum Glück wird die momentan nicht mit der Meta gespielt, da hab ich ja nicht vor drüber Obwohl, ich muss sogar sagen, wenn sie einzigen, einzigen gesetzt spielt, hab ich nicht mal so die großen Probleme Sie dauern einfach die ganzen cooldownswitchseiten bekommt Ja Natürlich sehr, sehr schön Aber Wukong ist auch mega ekelhaft Dieses die ganze Zeit verschwinden, ey Wauw, wauw Wauw, der macht Damage Wauw Man kauft nur Infinity Edge und Blutdürster Wie gesagt, der hat Blutdürster nicht bekommen Man kauft nur Infinity Edge und Blutdürster Hä? Wahrscheinlich als erste Seite uns Na gut Ne, jetzt schreibt er nur Nur Und das sind groß Genau In der In der In der In das Spiel ist vorbei, das Spiel vor was gewonnen Da kann man Wow Was? Hast du gesehen? Das ging über die halbe Band? Ja! Das war die ganze, unsere ganzen Tower-Seite. Alter, war das genial. Das war geil. Sieht echt gut aus. Hauptsache, du hast dir erstmal hier noch einen Sonya-Sieg raus. Ja! Ja! Zu tryhard. Tryhard! Also wenn man schon tryhardt, dann richtig. Ich muss sogar sagen, ZN in URF ist nicht mal so stark. Wirklich überhaupt nicht so stark, wie ich dachte. Es liegt einfach daran, weil Saucy Kale existiert, oder auch Sonya existiert. Ah, das ist langweilig. Du hast halt immer einen Stern. Ja, wie gesagt. Und dadurch Sonya plus QSS. Man kann dich einfach die ganze Zeit blocken, fertig. Äh... Schöp! Das ist ein Wettbewerb. Los Mundo, hol es dir! Du gehst euch mir glaube ich auch noch. In der real ist das scheiße eigentlich. Sobald die Ulti weg ist, mache ich nichts mehr. Was hast du für einen Cooldown auf den Ulti? 17 Sekunden. Ne 16. Lügner. Mit 17 Sekunden hast du gelogen. Schon 60 Sekunden. So richtig. Du Lügner. Reporter. Tch, Benzemaэber. Oh. Tch. 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 Okay, das war ein K.S. vom feinsten Oh, okay, danke, 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 weg da, ja, okay, oh man Ich weiß noch, damals im URF-2014 da hatten auch URF-2014 gesteckt Ich bin tot Ich muss achten, das war geil, das war echt geil, ich bin weg Wie oft soll ich das noch sagen, Sam, bitte die weg Ein bisschen Privatsphäre, wenn es recht ist Oh mein Gott, ey, dieser Mode ist so gut Dieser Mode ist sowas von retarded Das ist so richtig vital, ey Wie viel Leistung habe ich? 42% Mann, 42% Leistung Okay Das geht ja noch Ja, das geht eigentlich nicht Das ist ja noch akzeptabel Ja Und ich hab 5x23 AD 5x23 Das bringt mir aber nichts gegen dich Ja, gut Loll Der Fist nuket alle weg Also von dem Ah ja, das ist genau Zeit Die Dann Die Die Vist Die 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 Der Z-Battle ist geil Der Z-Battle war cool, ich bin explodiert